Ich habe die Beat für die neue Jahrtausend. Wo sind meine Leute da draußen? Oh hey, willkommen zum Deutschstunde 4. Es ist Deutschstunde mit Peter. Wir sind zurück. Es ist die vierte Stunde, Deutschstunde 4. Und heute ist nicht Montag, nicht Dienstag, nicht Mittwoch, nicht Donnerstag, aber Freitag. Und jetzt gibt es Party. Und zu einer Party gehört Partymusik. Man hat Getränke, man hat viel Spaß, man will gern tanzen, aber man will auch Musik hören. Und mein Freund, mein frühergerer Kollege, Dr. Jan Diepmann, hat eine Menge Musik rekommendiert. Vielleicht hörst du gerne Rammstein oder Hansi Hinterseer oder Nena oder Udo Lindenberg. Aber Jan Diepmann hört eine Menge Deutschrap. Er liebt massive Tone, Freundeskreis, fettes Brot, absolut Beginner, 1, 2, die fantastischen 4. Und alle diese Dinge hat er rekommendiert für euch. So sehen die Soundtrack, die Partymusik und haben ein schönes Wochenende. Und jetzt ist es Freitag. Wir sehen uns Montag. Bis bald. Tschüss.